Die Sendung wurde live untertitelt. Ja, heute kleine Runde. Der Marvin muss noch arbeiten. An dem Basti geht es nicht so gut. Dem senden wir alles Gute. Gute Besserungen, dass er nächste Woche wieder fit ist und wir dann hoffentlich über Punkte und Tore gegen Stuttgart reden können. Und bevor wir uns gleich diesem Thema widmen, aber ganz klassisch wie immer ein bisschen Housekeeping, meine Damen und Herren. Wie wir hier ja immer so schön Woche für Woche sagen und ich das auch hier nochmal erwähnen möchte. Wir sind nahezu komplett Hörerinnen und Hörer finanziert. Da sind wir ganz stolz drauf und freuen uns so eine geile Community zu haben. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung und stellvertretend habe ich diese Woche rausgepickt den Thomas, den oder die Chris, das weiß ich nicht. Und die Nicole. Vielen Dank für euren Support. Wenn ihr uns da draußen hört und uns auch gerne unterstützen wollen würdet und nicht genau wisst, wo ihr die Informationen findet, dann schaut mal unter eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Seite, die heißt Support. Das ist ganz oben verlinkt und dann findet ihr da alle Informationen, wie ihr uns hier unterstützen könnt. Vielen Dank dafür. So und jetzt müssen wir über die Eintracht reden und über Stuttgart oder beziehungsweise erstmal über die Sachen, die jetzt auf dem Weg Richtung Stuttgart passiert sind. Die Eintracht hat die Woche ihren Euroleague-Kader bekannt gegeben und spannend ist tatsächlich eher, wer nicht dabei ist, weil zum einen steht da nicht auf der Liste Ragnarache und zum anderen steht da nicht auf der Liste Armin Younis und wie die Eintracht ja heute auch gesagt hat, gibt es da oder gestern gesagt hat, gibt es da demnächst auch klärende Gespräche. Patricia, was ist denn da los? Ja, so genau wissen wir es glaube ich alle nicht, zumindest nicht im Detail. Klingt aber ja natürlich nicht besonders gut. Also es klingt nicht, als hätte man sich da, hätte man vor, sich da nochmal zusammenzureißen. Das klingt alles auf Abschied, nur es muss jetzt halt für beide Seiten passen und da irgendwie, ja, beide Seiten glaube ich auch möglichst unbeschadet rauskommen. Das wird jetzt wahrscheinlich so der Inhalt der Gespräche sein, wie man sich da am ehesten einigt, dass alle Seiten einigermaßen zufrieden sind. Ja, ich finde es immer noch schade, aber bin auch froh, wenn das Thema endlich durch ist, weil es hilft ja alles nichts und es bringt aktuell so viel Unruhe rein, die eigentlich nicht da sein müsste. Also wir hatten das ja die letzten, ich würde schon sogar fast sagen Jahre, dass es sehr, sehr ruhig war und alles, ja, relativ ausgewogen war. Und man hat sich schon gefragt, wo ist denn die Diva, wo ist denn die Eintracht, die man kennt? Und dann fing das ja alles an mit Bobic, Hütter und so weiter und so fort und seitdem komme ich, habe ich das Gefühl, nicht mehr so ganz zur Ruhe. Deswegen wäre ich sehr dankbar, wenn sich das einfach meinetwegen für beide Seiten einigermaßen in Ordnung auflöst und man da jetzt einfach getrennte Wege geht, weil scheinbar kann man und will man sich da nicht mehr zusammenreißen. Da ist scheinbar das Tuch auch zerschnitten und dann muss man das wohl so akzeptieren, auch als Fan. Auch wenn ich eigentlich bis dato Younes als guten Spieler gesehen hatte und auch dachte erst hierher, aber da scheint man sich ja doch vielleicht ein bisschen getäuscht zu haben. Ja, also das vielleicht nochmal als Erklärung, weil ich das gerade so ein bisschen blöd anmoderiert habe. Aber es geht natürlich jetzt erst mal um die Thematik Younes, vielleicht auch nochmal um so die komplette Historie, was in letzter Zeit ist, zusammenzufassen. Es fing ja an nach den Bekenntnissen, dass er bei der Eintracht bleiben möchte, gab es ja dann kurz vor Transferfensterschluss diese Thematik, dass er nach Saudi-Arabien wechseln wollte, da wohl auch schon in Vertragsverhandlungen war und ja auch freigestellt war für Vertragsverhandlungen, die dann aber aus, auch bin ich, soweit ich das entnommen habe, unklaren Gründen kurz vor Schließung des Transferfensters aufgelöst wurden. Dann war so die Aussage, nein, ich bleibe doch. Dann war er irgendwie abgetaucht und sagte irgendwie, ja, Hochzeit und er kommt jetzt wieder und jetzt waren ja die letzten Gerüchte, dass er in der Türkei sei für Vertragsverhandlungen, aber das wohl auch nicht ganz korrekt ist und er sich in Düsseldorf aufgehalten hat und halt eben nicht am Training teilgenommen hat. Also alles eine von vorne bis hinten verworrene Thematik und der letzte Stand ist eben der von gestern, dass die Eintracht über Twitter und ich glaube auch auf ihrer Webseite angekündigt hat, dass man eben in den nächsten Tagen gemeinsam sprechen wird und zu einer Entscheidung kommt und er auch bis dahin nicht am Training teilnimmt. Ich würde mir halt jetzt wirklich wünschen, dass man vor diesem Stuttgart-Spiel und zwar zeitig vor diesem Stuttgart-Spiel, also eigentlich spätestens morgen da einen fetten Haken dran macht, damit die Mannschaft sich in Ruhe auf dieses Bundesligaspiel am Sonntag konzentrieren kann. Aber helft mir da nochmal bitte kurz auf die Sprünge. Ja, würde ich gerne. Ich sage mal, du hast es ja richtig gerade zusammengefasst. Es ging natürlich dabei um das Transferfenster in Deutschland, der Bundesliga. Ja. Wir haben aber ja noch andere Ligen gehabt, wie zum Beispiel, ich glaube in der Türkei war bis Mittwoch, glaube ich, das Fenster geöffnet, was jetzt auch dann zu ist. Jetzt ist, glaube ich, die einzige Option ja eigentlich noch Saudi-Arabien, die, glaube ich, noch offen sind, oder? Meines Bissens nach haben die noch ein offenes Transferfenster, ich glaube, für die nächsten. Bis Mitte, glaube ich, ne? Ja, ich habe jetzt irgendwie den 15. im Kopf. Aber ich kann dir das mit Sicherheit gleich nochmal sagen, wenn du einfach bis dahin deine Frage weiterformulierst. Ich formuliere die Frage weiter, nämlich, was gibt es eigentlich an Optionen, die im Endeffekt nicht nur heißen, Younes wird bei uns suspendiert, kassiert sein Gehalt weiter und bringt uns nicht mehr weiter. Was gibt es denn noch an Alternativoptionen? Denn ein Wechsel, ich sehe momentan da, glaube ich, zumindest aus der aktuellen Lage oder aus der aktuellen Informationsgegebenheit nicht wirklich eine Chance, dass wir hier noch einen guten Wechsel hinbekommen, dass er spielt. Ich glaube, Patrizia, du hast es auch schon gesagt, René, du ja auch in deinen Worten, wird schwierig, ihn wieder in die Mannschaft zurückzuholen, weil er natürlich auch das komplette Standing in der Mannschaft verloren hat. So ein, ja, ich nenne es jetzt mal, Fremdkörper da reinzusetzen, ist, glaube ich, ja, ob das überhaupt funktioniert, ob das sinnvoll ist, da wirken auch die Verantwortlichen, ihr habt es ja schon richtig gesagt, nicht so, als hätten sie da noch Interesse dran. Deshalb ist für mich jetzt so die Frage, was gibt es überhaupt noch an Optionen? Denn, ja, ich sehe momentan wirklich ganz, ganz wenige, außer eben dieser Klassiker, okay, er spielt eben nicht mehr, der Vertrag ruht und, beziehungsweise ruht falsch, sondern im Endeffekt, ja, gegen, genau, gegen entsprechende Zahlungen. Er ist ja auch nicht dafür bekannt, dass er gerne auf Geld verzichtet, haben wir jetzt gelernt. Das heißt, wahrscheinlich wird es, wird es ein teures Ende werden jetzt für uns und er bringt uns nicht weiter. Oder gibt es noch andere Optionen, die ich einfach gar nicht im Blick habe? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Eintracht sogar draufzahlen würde, einfach, um das endlich aus der Welt zu schaffen. Aber das nur am Rande. Ja, also ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, Saudi-Arabien hat noch bis zum 18. und ansonsten hast du noch, Katar könntest du noch bis 30.9. oder Hongkong hat noch bis zum 6.10. Also du hast dann noch ein paar Optionen in die Richtung, ja, ich habe jetzt auch nochmal kleinere hier, Irak, Katar, Palästina, Oman, Walediven, Iran, Jemen, die haben auch noch alle jetzt Transferfenster teilweise bis in den November rein, tatsächlich sogar, erstaunlicherweise. Aber es ist halt die Frage, ob er da halt hin will. Du hast gerade eben ja schon gesagt, er ist nicht dafür bekannt oder ist zumindest das, was weitläufig ja gesagt wird, jetzt auf viel Geld zu verzichten. Das scheint ja auch so ein bisschen der Kritikpunkt gewesen zu sein, dass man, dass er gewisse hohe Gehaltsforderungen hatte, bei denen es ja bislang dann auch irgendwie gescheitert ist. Ich sage mal so, es ist so ein bisschen auch die Frage, das hatten wir ja auch letzte Woche schon besprochen, was ist denn jetzt der Stand? Also hat man die Kaufoption, die da ist, schon gezogen, was ja der Fall zu sein scheint, weil ansonsten, wenn das nicht so ist, hättest du ja immer noch die Option zu sagen, er ist geliehen und dann musst du dich halt mit Die Laie wird vorzeitig abgebrochen. Genau, ist jetzt nicht Florenz, war Napoli, ne? Neapel. Neapel. Da musst du dich halt mit denen einigen und sagen, Jungs, haut nicht hin. Wir beenden die Laie frühzeitig. Wir zahlen euch irgendwie eine Entschädigung. Ihr habt dann wieder. So, das könnte noch eine Option sein, wenn eben diese Kaufoption noch nicht gezogen wurde. Ansonsten hast du halt wirklich nur, aus meiner Sicht, die Variante mit den Vertrag einvernehmlich auflösen. Da gibt es dann aber ja immer einen gewissen Anspruch auf das ausstehende Salär, was dann gezahlt werden muss. Also das wird auf jeden Fall finanziell unangenehm, würde ich es jetzt mal nennen. Weil ihr seht es auch als, gerade nach dem Statement von der Eintracht über die verschiedenen Medien als eher ausgeschlossen, dass wir ihn im Eintracht-Trikot nochmal sehen. Also alles, was man da hört, scheint ja auch wirklich, wie du es ja auch schon richtig gesagt hast, auch in der Kabine jetzt durchaus Stimmung gegen ihn zu sein. Man ist da auch in der Mannschaft sehr unzufrieden mit dem, wie das da abläuft. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal für ein Pflichtspiel für die Eintracht auf dem Platz steht, halte ich momentan für äußerst gering. Patrizia, wie ist dein Statement? Ja, ähnlich. Also ich glaube auch nicht, dass es da nochmal ein Zurück gibt. Was es dann für ein Ende nimmt, also ob das, ob die Leihe abgebrochen wird, ob der Vertrag aufgelöst wird, je nachdem, wie da die Situation ist. Das kam tatsächlich, glaube ich, nicht raus, oder? Also man weiß jetzt nicht genau, wie die Kauf-Leih-Option-Situation aktuell ist. Zumindest wurde nicht offiziell gesagt, dass er fest verpflichtet wurde, aber man weiß ja nicht, was da im Zuge mit diesem Al-Shabaab-Deal schon gelaufen ist. Jedenfalls, was das angeht, keine Ahnung, aber ich glaube auch, dass er die Eintracht verlassen wird. Das zeigt sich ja auch im Euroleague-Kader. Ich glaube, da hat man ihn ja jetzt auch nicht ohne Grund rausgelassen. Klar, er hat jetzt auch länger nicht mit der Mannschaft trainiert, aber es ist ja schon mal so ein Zeichen von wegen, wir planen jetzt eigentlich nicht unbedingt mit dir. Ja, du nominierst ja nicht für ein Spiel, sondern du nominierst ja für vier Spiele. Also von daher, selbst wenn dann jetzt jemand nicht im Mannschaftstraining teilgenommen hat, kann er ja für die anderen Spiele noch reinkommen. Also das wäre jetzt nicht das ausschlagende Argument, meiner Meinung nach. Ja, von daher glaube ich, das ist schon ein ziemlich klares Zeichen, dass da nicht mehr mit ihm geplant wird. Ich gehe auch davon aus, dass wir ihn nicht mehr mit Eintracht Trikot auf dem Platz sehen werden. Was halt auch irgendwie schade ist, aber am Ende vielleicht dann auch eine ganz gute Lösung. Ja, also wenn das jetzt komplett zerrissen ist, alles innerhalb der Mannschaft auch, wenn man da ja auch schon hört, dass sich wohl niemand so wirklich drum reißt, dass er zurückkommt. Ja, da wird da schon einiges vorgefallen sein, von dem wir jetzt vielleicht alle gar nicht so genau wissen, was da los ist. Aber dann ist es wahrscheinlich auch das Beste. Also es bringt ja jetzt nichts, sich die Mühen zu machen und zu schauen, dass da jemand wieder integriert wird, der jetzt vielleicht gar nicht hier sein möchte, den die anderen aber auch vielleicht gar nicht hier haben möchten. Und dann ist das alles so ein großes Projekt, den wieder einzugliedern. Es ist ja auch nicht der Einzige, den man wieder eingliedern muss. Dazu kommen wir ja dann wahrscheinlich auch nochmal. Ich weiß nicht, ob sich der Aufwand dann am Ende lohnen würde. Und das Konstrukt ist ja auch relativ instabil, einfach durch die, naja, schwierigen Leistungen jetzt in den ersten Wochen der neuen Saison. Also es ist natürlich auch was, wenn jetzt hier der Kader, es wäre alles super gelaufen, jetzt die Spiele alle souverän gewonnen und es wird schon stehen und der Kader wäre sonst total ausgeglichen. Hätte ich mir sogar vorstellen können, dass du dir vielleicht die Mühe machst, wie du es so schön ausgedrückt hast, Patrizia da zu gucken, ihn nochmal heranzuführen. Aber das ist ja hier eh alles sehr fragil. Hier musst du ganz, hier musst du wirklich höllisch aufpassen, dass du eigentlich Ruhe reinbekommst. Deshalb, es hat mir sehr gut gefallen, zu sagen, Mensch Leute, jetzt mal Nägel mit Köpfen. Die Sache ist hoffentlich jetzt schnell vom Tisch. Es kommt ein bisschen Ruhe rein. Denn auch, ihr habt das auch vorhin sehr schön schon gesagt, eigentlich fehlt der Mannschaft die Ruhe. seitdem Bobic, Hütter und so weiter hier das ganze Konstrukt so ein bisschen ins Wackeln gebracht haben. So richtig stabil ist es einfach, wenn du diese ganzen Unruhen die ganze Zeit weiter mit dir rumträgst, nicht oder kann es nicht werden. Und dementsprechend musst du jetzt einfach diese Störenfriede oder die Probleme, die da aufgetaucht sind, entweder wieder klar integrieren oder klar ausschließen. Und das ist, denke ich, genau der Punkt, wo wir auch dann sicherlich jetzt noch zur zweiten Personalie noch kommen werden. Ja, zweite Personalie, ich hatte es gerade eben schon angesprochen, Ragnar Ache. Genau den, ja. Da wolltet ihr hin. Nein, ich habe mich tatsächlich ein bisschen gewundert, wie gesagt, Euroleague-Kader. Mein gut, Ache ist jetzt auch lange verletzt gewesen, aber aus meiner Sicht durchaus ja auch eine Variante gewesen, ihm da eine Chance zu geben. ist aber jetzt nicht im Euroleague-Kader. Mache ich mir da jetzt zu viele Sorgen oder nicht, Dennis? Also ich muss klar sagen, du hast natürlich mit den Verpflichtungen, die du hier noch getätigt hattest, mit Lammers und ja, im Endeffekt auch über das Mittelfeld kommend, musst du dir, glaube ich, keine Gedanken machen, dass jetzt Ache hier überhaupt keine Rolle bei der Eintracht mehr spielen wird, nur weil er jetzt für den Kader nicht nominiert ist. Es sind Positionen dabei, wo man sicherlich hätte sagen können, ach, da hätte doch auch ein Ache da nach vorne mit reinrücken können. Ich bin aber auch eigentlich ein Freund davon, zu sagen, du brauchst ein gewisses Personal, auch relativ breit aufgestellt, im Mittelfeld und Abwehr und dann kann es halt passieren, dass ein Stürmer vorne dann hinten hängen bleibt. Warum es jetzt Ache getroffen hat, nicht Patienz, wir haben es ja schon angesprochen gehabt, auch in der letzten oder vorletzten Woche, Patienz hat tatsächlich ja auch so ein bisschen Akzente noch mal reingebracht, als er kam. Ache tut sich da momentan noch sehr schwer, heißt aber auch nicht unbedingt, es darf ja, ab wann darf neu nominiert oder nach nominiert werden, ich weiß es jetzt gar nicht aus dem Kopf. Ist schon nach der Gruppenphase direkt okay. Also im Endeffekt hast du auch dort sicherlich noch die Option, dass er auch international noch mal zum Einsatz kommt. Ich denke, mit der Bundesliga muss man auch dann ganz klar trennen, nur weil er jetzt hier für die Gruppenphase nicht nominiert ist, kann es schon sein, dass er trotzdem in der Bundesliga eine Rolle spielen wird. Denke ich. Okay. Da fällt mir auch gerade auf, wir haben eigentlich noch gar nicht über die Euroleague-Gruppe gesprochen, weil letzte Woche haben wir es dann irgendwie total vergessen, warum auch immer. Was sagt ihr denn zu der Gruppe? Wir sind in Gruppe D zusammen mit Antwerpen, Olympiakos und Ferna Batsche, gegen die wir dann ja auch nächste Woche starten. Mit dem Spiel werden wir uns dann nächste Woche ein bisschen intensiver beschäftigen. Wie zufrieden seid ihr denn mit der Gruppe, Patricia? Ja, also es ist eigentlich eine ganz gute Gruppe, ist jetzt natürlich schwierig, jetzt durch Corona, auch so aus Fansicht mit Reisen und so weiter und so fort, muss man natürlich noch mal schauen. Wenn wir das ausblenden könnten, wäre das ja eine ganz interessante Gruppe, schon allein Türkei und Griechenland immer noch ganz gute Ziele, aber auch die Stimmung dort vor Ort ist ansehnlich, sage ich mal. Antwerpen muss man schauen, muss man schauen, auch da hatte man ja schon Probleme in Belgien mit Zuschauern und so weiter und so fort. Aber an sich, also ich glaube, sportlich ist es eine Gruppe, die machbar ist. Das finde ich ziemlich wichtig, dass man da rausgehen kann und sagen kann, hey, die ist machbar, da haben wir ein Ziel und dass es weiterkommt. Und ich glaube, das könnte funktionieren. Was jetzt halt die Reisen für die Fans angeht, ist jetzt ein bisschen schwierig einzuschätzen und mal sehen, wie das am Ende wird. Ist ein bisschen schade natürlich, aber ist jetzt halt der Situation geschuldet. Sportlich ganz gut. Also ich bin relativ zufrieden mit der Gruppe. Wobei ja generell, habe ich jetzt gelesen, hatte der Antwerp, glaube ich, vor zwei Tagen gesagt oder auch die UEFA hatte das vor zwei Tagen, zwei oder drei Tagen, meine ich gesagt, dass er prinzipiell nach wie vor dieses 5%-Thema gilt. Also es sind prinzipiell Auswärtsfans erlaubt in dem regulären Rahmen. Antwerpen hatte man halt auch ein Ministadion zum Beispiel. Ja gut, da sind halt 5% sind da halt nicht mehr als eine Handvoll. Also aber klar, ich bin auch eigentlich, da würde ich mich tatsächlich Patrizia anschließen, sportlich sollten wir hier auf jeden Fall zumindest um die nächsten Runden mitspielen können. Das ist nicht hier jetzt die Überhorror-Killer-Gruppe oder wie auch immer man sie dann benennen will, sondern es sind tatsächlich Mannschaften, die man zumindest international auch kennt, die ja im Endeffekt uns auch herausfordern werden. Wir hoffen aber ja alle, dass wir auch wieder an ein gewisses Niveau zurückkommen und nicht diesen Dümpelfußball, den wir jetzt teilweise in den ersten Spielen gesehen haben, hier auch in der Euroleague dann zu sehen bekommen. Und dementsprechend mache ich mir tatsächlich hoffentlich berechtigte Hoffnung, dass wir hier nochmal eine Runde weiterkommen. Das sehe ich ähnlich und freue mich da an sich auch schon drauf. Wobei meine Freude schon wieder einen leichten Dämpfer bekommen hat, weil ich mich tatsächlich nicht damit beschäftigt habe, wo man die Euroleague-Spiele im Fernsehen denn verfolgen kann und hat mich groß gefreut. Ah, Euroleague, Datsen, alles wunderbar. Man muss dann leider feststellen, dass das komplett bei RTL ist. Nitro, RTL und RTL Now oder so irgendwas. Ja, großartig. Tepau, Tepau, Tepau. Großartig. Ja, ich freue mich ein Loch im Namen. Ja, tatsächlich war ich auch überrascht, dass Datsen ja gar keine, die betragen nur noch Zusammenfassung irgendwas. Zusammenfassung, Champions League und natürlich jetzt ja dieses Jahr die Bundesligaspieler, aber Euroleague halt nichts. Großartig. Muss man hier irgendwie für 4,99 Euro noch irgendeinen Rumpster abschließen? Ich habe keinen Bock. War das eine Kram? Ich bin in meinem Vertrag mit dabei bei der Telekom. Oh, na dann. Es ist zum Glück, habe ich zum Glück das Problem gerade nicht. Ja. Aber ja, ist natürlich ärgerlich. Man hat schon diverse Abos bei meinetwegen Sky, The Zone, wo auch immer. Amazon, Eurosport, was man nicht alles schon irgendwo mal abgeschlossen hat und dann denkt man, man hat jetzt ausgesorgt und dann sagen die, ach nee, übrigens, das läuft bei RTL. Dann denkt man sich, okay, gut, habe ich auf meinem Fernseher. Ach nee, das ist ja ein Streaming-Anbieter TV Now. Ja, also kann ich schon verstehen, wenn man da ein bisschen angepisst ist, wenn man das erfährt. Ja. Ja. Ich habe es, wie gesagt, komplett ausgeblendet, habe das maximal ignoriert. Mal gucken, was ich mir da noch zurecht bastle bis nächste Woche. Aber gehuckt wird auf jeden Fall. Aber 21 Uhr ist das, ne? Ja. Zumindest. Ich glaube nämlich, dass tatsächlich diese Spiele, die Abendspiele teilweise dann im Free-TV, also wie sagt man so schön, also RTL oder RTL Nitro dann sogar gezeigt werden. Aber gut, reden wir erst mal. Gucken wir, wie es dann so ist. Das heißt ja jetzt nur, dass du dann da nicht irgendwie noch ein Streaming-Angebot abschließt. TV Now machen. Das heißt ja nicht, dass die Qualität steigt. Also das ist ja, das hat ja immer zwei Seiten, diese Thematik. Zum einen, wie komme ich ran und zum anderen geht es schlimmer als bei Sky. Ist zwar schwierig ranzukommen, aber in Ausnahmefällen funktioniert es. Tatsächlich steht hier 21 Uhr Spiel nächste Woche nur im Streaming. Herzlichen Glückwunsch. Okay, gut. Dann, bitte. Wir werden uns nächste Woche sehr intensiv mit einem Ausblick auf dieses Spiel, denke ich, beschäftigen. Und dann hatte Patricia ja gerade eben angesprochen, es gab noch eine zweite Personalie beziehungsweise hier Travel in Paradise über den gesprochen werden muss. Der liebe Philipp Kostic ist ja zurück und wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, er muss sich dann auch irgendwie entschuldigen und die Frage, die jetzt an Patricia geht, hat er sich denn entschuldigt? Ja, also es ist so eine halbe Entschuldigung, finde ich. Also es ist ein Statement, aber da waren auch so ein paar Takes drin, wo man sich gedacht hat, okay, so ein wirkliches Schuldeingeständnis ist es nicht. Es ist eher so eine Rechtfertigung, aber nicht wirklich eine Entschuldigung. Also um es nochmal zusammenzufassen, er hat erstmal gesagt, er fing an mit, ich liebe Eintracht Frankfurt und bin dankbar für alles, was ich hier habe. Und dann hat er aber direkt klargestellt, dass es ja kein Streik war gegen Bielefeld und mit dem Abschlusstraining vorher und er aufgrund, wie hat er es genannt, psychischer Schwierigkeiten nicht leistungsfähig war oder so. Er war mental nicht leistungsfähig oder irgendwie sowas. Ja, genau. Und er deswegen eben nicht mitgegangen ist und es war gar kein Streik und er entschuldigt sich aber trotzdem bei den Fans, die aber falsch informiert wurden und bei seinen Teammitgliedern bedankt er sich für die Unterstützung. Ja, und dann hat er noch einen Satz hinterher gemacht von wegen, einige Personen schulden mir eine Entschuldigung, hat aber auch offengelassen, wer ihm eine Entschuldigung schuldet. Ja. Und ansonsten, er wird alles geben für Eintracht Frankfurt und wir haben eine schwierige Saison vor uns und so weiter und so fort. Eintracht über alles oder was da am Ende noch stand. Ja, also es ist ein sehr verworrenes Statement, würde ich sagen. Es lässt auch einiges offen. Also erstens, die Fans wurden falsch informiert, was ja so ein bisschen eine Kritik an der Eintracht ist, würde ich jetzt mal rauslesen, weil die Eintracht, die ja die Fans informiert hat von wegen, Kostic ist nicht dabei und so weiter und so fort oder von den Medien, die halt gesagt haben, Kostic streikt und er meint, er hat nicht gestreikt und wer ihm eine Entschuldigung schuldet. Also das wüsste ich auch gern, wer da jetzt genau gemeint ist. Hat er aber nicht genauer beleuchtet. Von daher ist eine halbe Entschuldigung, aber irgendwie auch so ein bisschen eine nicht Ausrede, sondern er versucht es halt zu rechtfertigen, glaube ich, sein Verhalten. Und auch hier ist wichtig, dass das Ding einfach vom Tisch kommt und gesagt wird, okay, jeder soll das sehen, wie er will. Was war denn das? Da ist auch was vom Tisch gekommen. Ich glaube auch, ja. Muss ich mal gucken hier. Aber nochmal zum Thema Kostic zurück. Also ich finde, ich nehme die Entschuldigung jetzt einfach an und sage, okay, wunderbar, bitte spiel jetzt wieder, gib deine Performance, ist okay, er hat es gemacht. Aber ich sehe natürlich auch dieses Problem so wirklich geklärt und anstatt dass man einfach dann sagt, okay, hier Leute, sorry, lief jetzt alles blöd und ich entschuldige mich einfach mal pauschal für alles, was da gelaufen ist. Dieses Rechtfertigen, ich kann ihn schon verstehen, wenn es tatsächlich so war und er sich da ein bisschen auch angegriffen fühlt oder sich falsch dargestellt fühlt, dann ist das natürlich sein volles Recht, sich darüber auch zu ärgern und das auch kundzutun. Auf der anderen Seite muss man sagen, so kommt halt auch niemals Ruhe rein. Es muss jetzt einfach mal Schluss, aus alles okay, jetzt verzeiht ihm oder lasst sein oder werft ihn raus oder auch wieder mit den Strafen. Ich blicke da überhaupt nicht mehr durch. Die einen sagen jetzt, er kriegt keine Strafe oder nur diese Geldstrafe. Die anderen haben gesagt, ja, das muss der Mannschaftsrat, hätte doch beschlossen, er muss mindestens ein Spiel jetzt aussetzen. Also, ich wünsche mir auch an der Stelle, René, wie du vorhin gesagt hast, bitte einfach klare Worte, ein klares Statement und entsprechende klare Entscheidungen. Danach, bitte Cut, einfach die Saison neu starten und jetzt geht's los und Kostic ist wieder dabei, er soll performen und dann sind wir ihm doch alle nicht böse. Auch wenn es das blöd gelaufen ist, dann ist es so, aber dann ist es doch okay. Also, ich hoffe einfach, dass diese Thematik jetzt nicht wieder so hochgebauscht wird und dann genau diese Problematiken, die Patrizia schon aufgezeigt hat. Wen meint er denn jetzt genau? Wer muss sich da entschuldigen? Ist die Eintracht da vielleicht sogar der Übeltäter gewesen? So Gedankenspiele, das darf eigentlich gar nicht aufkommen, weil das dazu führt, dass wir wieder nicht zur Ruhe kommen. also deshalb einfach, ich hoffe einfach, das Ding läuft jetzt irgendwie ins Leere oder eins aus und das ist alles okay. Ja, ich glaube auch, das Wichtigste ist einfach, dass intern vor allem Ruhe herrscht, dass die Verantwortlichen mit Kostip sich einig sind, dass die Mannschaft ihn wieder aufnehmen möchte, was ja nach außen hin zumindest signalisiert wird, dass sie dazu bereit sind und dass sie ihn gerne wieder aufnehmen. Und er dazu auch bereit ist, alle wieder aufeinander zugehen und es einfach intern klappt. Ob jetzt die einen Fans sagen, nee, nehme ich ihm nicht ab oder die anderen sagen, ja, es reicht mir, willkommen zurück. Das ist, finde ich, ja, eher Nebensache, weil es muss erst mal intern stimmen und ich glaube, wenn er wirklich zeigt, dass er wieder Leistung bringt, dass er sich wieder reinhängt, dann ist das, glaube ich, auch schnell nicht vergessen, aber zumindest beiseite gelegt und man kann einfach wieder weitermachen. Und wenn er dann einfach wieder seine Leistung bringt und meinetwegen im Winter oder im nächsten Sommer dann gehen möchte und dann eine entsprechende Ablösesumme reinkommt, dann sind wir, glaube ich, alle fein damit. Und ich glaube, man muss das dann auch irgendwie jetzt mal ruhen lassen. Ich meine, wir haben alle gesagt, er muss sich entschuldigen. Da kam zumindest jetzt ein Statement und ja, ich bin jetzt auch schon so weit, dass ich sage, okay, vielleicht war das jetzt natürlich nicht das, ja, bestformulierteste Statement oder, ja, es hat auch so ein bisschen Zündstoff noch drin, aber nehmen wir es doch einfach erst mal an und sagen, okay, gut, dann beweis, jetzt setz deine Worte in Taten um, zeig, dass du für die Eintracht weiterhin kämpfst und dass du gewillt bist, Leistung zu bringen, bring das auf den Platz und alles ist gut, wir haben davon alle was und dann schauen wir in Zukunft einfach weiter, wie es weitergeht. Das wäre tatsächlich für mich auch der entscheidende Punkt, dass ich für den kompletten ersten, die ersten, ja, eigentlich sogar fast 90 Prozent von dem Ding einfach nur zur Kenntnis nehmen und der letzte und der entscheidende Punkt kommt für mich tatsächlich am Ende, wo er sagt, aber hey, wir haben Wichtigeres zu tun, wir haben jetzt keine Zeit, wir greifen jetzt an, ich bleibe mental stark, ich setze mich ein. Das ist das, wo er sich jetzt, wie man so schön ja sagt, dran messen lassen muss. Da kann er gleich am Sonntag gegen Stuttgart mit anfangen und wenn das stimmt und Kröscher hat ja auch gesagt, dass ihm, Kröscher oder Klaasner, einer von der Band, ich weiß nicht mehr genau wer, ich glaube, aber Klaasner war es sogar, der gesagt hat, dass ihm eine Aussprache und eine Klärung wichtiger wäre als eine Sperre. also gehe ich auch davon aus, dass die handelnden Personen darauf den Fokus legen werden, mit dem Spieler zu sprechen und nur wenn das geklärt ist, wird er wahrscheinlich auch auf dem Platz stehen und wenn er dann da die Leistung bringt, dann ist für mich alles gut, den Rest kann ich so erst mal hinnehmen und muss da jetzt nicht jedes Komma einzeln auf die Waagschale legen. Es war vielleicht nicht optimal, aber was ist heutzutage schon manchmal optimal. Wenn wir ihn für ein Spiel sperren, strafen wir uns ja eigentlich selbst oder die Eintracht auch selbst. Es ist ja ein mega Leistungsträger und ich glaube auch tatsächlich, man darf jetzt nicht das falsche Zeichen in die Mannschaft zurückgeben, dass jeder dafür machen, was er will und deshalb muss es geklärt sein. Das ist genau das Wichtige, aber es muss mit harter und klarer Kante geklärt sein und er scheint ja da mit einer ordentlichen Strafe belegt zu werden. Irgendwas von 100.000 habe ich irgendwo gelesen, was ja auch selbst bei so einem gut verdienten Fußballer doch mal vielleicht dann auch ein bisschen unangenehm ist. Nein, dann muss man einfach jetzt sagen, eigentlich sind wir doch die großen Leidtragenden, wenn wir ihm nicht die Chance geben, aber ihm auch da wirklich in die Verantwortung zu nehmen. Es hat mir sehr gut gefallen, eure Formulierung gerade zu sagen, jetzt hat er die Möglichkeit zu beweisen, dass er wirklich zu diesen Worten oder zu diesem Eintracht Frankfurt ist genial und wir wollen jetzt hier die schwierige Situation und die schwierige Saison angehen und alles andere interessiert, nicht zu zeigen, dass er das auch ernst meint. Und das kannst du ihm nur, da muss er jetzt anfangen und nicht in zwei Wochen, sondern jetzt am Wochenende. Ja, vor allem, wenn alle ja auch bereit sind, ihn wieder zu integrieren. Ich kann das, wie auch Dennis schon gesagt hat, auch aus seiner Sicht so ein bisschen verstehen, dass er sich vielleicht da auch nicht einfach nur komplett als dem Bösen selbst darstellen möchte und vielleicht, ich glaube, die Situation war generell zu komplex, um da jetzt von außen vor allem pauschal zu urteilen, der ist der Böse oder der ist der Böse. Ja, vor allem kennst du ja auch. Viel reingespielt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht zwischenzeitlich einfach sich von der Eintracht betrogen gefühlt hat, weil ihm gesagt wurde, hier wäre ein Angebot eingegangen und so weiter und so fort vom Berater, Verrater, naja, okay, vom Berater, von... Freundschaft, Versprecher, genau. Von Lazio auch, wo man jetzt auch nicht, also Lazio traue ich auch zu, dass die jetzt da nicht immer mit den gefährsten Mitteln gespielt haben und dass das den Spieler dann vielleicht verunsichert hat und Missvertrauen, ähm, Misstrauen irgendwie gesät wurde. Das kann alles sein. Wichtig ist, dass das zur Sprache kommt, dass alle irgendwie auf den Tisch legen, was sie gestört hat und was ihr Standpunkt war und wenn man das aus der Welt schaffen kann, dann glaube ich, wird das auch wieder. Also deswegen auch da nochmal um, ich habe ja zum Statement gesagt, dass ich es schon so ein bisschen schwammig finde, aber natürlich kann ich es auch ein bisschen aus seiner Sicht verstehen, wenn, ja, die Situation einfach ein bisschen komplexer war als das vielleicht nach außen hin immer gerne, man geht ja immer gerne in schwarz oder weiß und ich glaube, so ist es nicht. Ich glaube, es ist halt wirklich ein komplizierter Sachverhalt und ja, das Wichtigste ist, wie wir jetzt schon gesagt haben, dass sich alle aussprechen und einfach für's, ich meine, alle haben das gleiche Ziel und da kann man sich auch, glaube ich, zusammenraufen, vor allem, wenn alle Seiten bereit dazu sind, was ja so klingt, anders als bei Younes. Das ist richtig. Hoffen wir mal, dass da die handelnden Personen schnell eine Klärung herbeiführen, weil, ihr hattet es gerade eben schon gesagt, am Wochenende nächstes Bundesligaspiel, diese vermale Deidel-Länderspielpause hat endlich ein Ende. Es geht am Wochenende wieder ran in der Bundesliga. Wir dürfen antreten am Sonntag gegen den VfB Stuttgart. Für mich eine durchaus, also nicht allzu kleine Herausforderung. Stuttgart hat, was ich so mitbekommen habe, aufgrund des jungen Kaders eine sehr motivierte Mannschaft da gerade auf dem Platz stehen, auch wenn sie mit einigen Verletzungen zu kämpfen haben. Ich habe mal bei den Kollegen von Transfermarkt nachgeguckt, wer denn da aktuell ausfällt. Nathai fällt aus mit Trainingsrückstand, Cissé fällt aus mit einer Knochenabsplitterung, auch was ganz Ekliges. Silas fällt aus nach wie vor noch mit dem Kreuzbandriss. Führig fällt aus mit Schlüsselbeinbruch, der kam ja als Ersatz für González. Ikloff fällt aus mit Mittelfußbruch, Kaleitschisch fällt aus mit Schulterverletzung und Sanko fällt aus mit Bänderverletzung. Sie haben aber trotzdem einen, ich würde sagen, nicht so unspannenden Kader und auch sind gerade mit einer Spielweise unterwegs, die ja durchaus der der Eintracht in den letzten Jahren geähnelt hat, nämlich mit viel Geschwindigkeit über die Flügel, mit Flanken und mit kopfballstarken Stürmern. Das könnte ein durchaus charmantes Spiel werden, oder? Wie siehst du das, Dennis? Auf jeden Fall. Man muss natürlich sagen, dass ich mir die Spiele von Stuttgart, muss ich zugeben, nicht angeschaut. Dementsprechend konnte ich jetzt nur so nochmal in die Historie gucken, wie haben sie denn eigentlich in die Saison gestartet. Denn er ist ja tatsächlich ein direkter Tabellennachbar, Tabellendreizehnder, hat gegen Fürth natürlich mit dem 5-1 gut losgelegt, aber dann 4-0 gegen Leipzig, knappes 2-3 gegen Freiburg. Das war echt knapp. Da haben sie lange, glaube ich, sogar vorne gelegen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder? Nee, Stuttgart. Die kamen wieder ran. Die kamen wieder ran. Genau. Und dann jetzt in einem Testspiel während der Länderspielpause nochmal 3-0 gegen Nürnberg, das natürlich immer rauszurechnen ist aus dem Ganzen. Aber man muss sagen, da geht es ja einfach nur darum, welche Performance kommen wir. Ich sehe unseren Kader und unsere Mannschaft eigentlich deutlich besser. Das muss man natürlich sagen, wenn ich mir natürlich anschaue, was die Eintracht in den ersten Spielen geliefert hat, wird das auf jeden Fall eine ganz enge Kiste. Bei Stuttgart, du hast im Endeffekt schon angesprochen, die haben auch große Probleme. Die würden im Endeffekt nicht mit den Aufstellungen spielen, die sie da momentan auf den Rasen bringen. Ja, muss man gucken, ob noch jemand fit wird, wie der Kader dann wirklich aussieht am Ende. Aber Stuttgart ist auf jeden Fall machbar. Und ich muss wirklich sagen, wir müssen einfach gucken, dass wir hier wieder an unsere Leistungsstärken zurückkommen und uns nicht von diesem ganzen Dings verunsichern lassen. Denn, du hast richtig angesprochen, mit einer wackeligen Abwehr fängst du auch das ein oder andere Tor garantiert gegen starke Offensivkräfte von Stuttgart. Also da musst du einfach gucken, dass du doch wieder hinten, wie die alte Fußballweisheit, hinten stabil stehen, vorne die Tore machen und schon haben wir das Spiel gewonnen. Aber es ist immer so einfach gesagt. Ich sehe es tatsächlich auch im Moment einfach der Form halbe. Ich war froh, dass Länderspielpause war, um einfach der Eintracht ein bisschen Zeit zu geben, den Neuverpflichtungen vielleicht auch ein bisschen Zeit zu geben, reinzukommen und hoffe jetzt einfach mal drauf, dass wir hier mit einer ganz stabilen Mannschaft einfach gegen Stuttgart dann agieren. Und dann glaube ich, haben wir wirklich sehr gute Chancen da zu gewinnen. Wobei diese Länderspielpause natürlich auch so ein bisschen Nachteile hat, du hast gerade eben angesprochen, die Neuverpflichtungen hatten so ein bisschen Zeit, sich zu akklimatisieren, aber so richtig mit voller Kapelle trainieren kannst du halt auch nicht, weil halt wegen Länderspiel der ein oder andere unterwegs ist und du hast ja auch aufgrund der Reisestrecken ja auch Spieler, die ausfallen. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, kommt irgendwie Boree in der Nacht von Samstag auf Sonntag irgendwie dann erst wieder an oder irgendwie ein paar Stunden vorher, irgendwie ich glaube so maximal zwölf Stunden vorher ist er wieder da. Der spielt Freitag auf Samstag Nacht, glaube ich. Oder so rum und kommt dann irgendwie ganz spät vor dem Spiel erst wieder an. Also den kannst du ja von vornherein schon mal irgendwie rausstreichen, weil das wird ja nicht funktionieren. Ich weiß nicht, Kamada hat ja auch klassischerweise immer ewig lange Strecken. Ich weiß nicht, wo die diesmal sind, aber ich meine mich auch. Kamada ist aber zurück, glaube ich. Der ist aber noch nicht wieder im Training. Die sind aber noch nicht wieder im Training. Also ich glaube Kamada, es sind einige tatsächlich noch nicht wieder im Training. Trap ist, glaube ich, auch noch nicht wieder im Training. Ja, ich glaube, die sind alle heute erst wieder angekommen. Genau. Zumindest habe ich Kamada auf Bildern von der Eintracht jetzt gesehen. Also der ist auf jeden Fall schon mal gelandet und wieder in Frankfurt. Aber ja, natürlich, wenn man jetzt bedenkt, die sind heute angekommen vielleicht und am Sonntag ist jetzt Sonntag, oder? Ja, Sonntag ist jetzt das Spiel. Sonntag 15.30 Uhr. Ja, es gibt auch andere Mannschaften, die spielen jetzt Samstag. Die haben wahrscheinlich das gleiche Problem mit ihren Nationalspielern. Das ist schon, ja, unpraktisch, sage ich mal. Ich muss mich aber korrigieren. Kamada stand tatsächlich schon wieder mit dem Team auf dem Platz. Sorry, das hatte ich falsch in Erinnerung. Trapp hinter Ecke, So und Rustic. Genauso wie Boree sind nicht bis jetzt und Kostic natürlich, ja. Ja, das ist halt alles andere als vorteilhaft. Aber man muss halt auch sagen, das geht anderen Mannschaften genauso. Das ist jetzt nicht, dass die Eintracht das exklusiv hat, dass da irgendwie Spieler gefehlt hätten. Natürlich ärgerlich, weil man die Länderspielpause ja bestimmt gerne genutzt hätte, um da noch an dem einen oder anderen Problemchen zu feilen. So ist es halt jetzt so ein bisschen, klar, jetzt im Jakic oder so konnte sich vielleicht ein bisschen besser einfinden, schon mal die, ja, Trainingsplätze kennenlernen, alles sich dran gewöhnen, an den Trainer sich gewöhnen und so weiter und so fort. Aber, klar, jetzt werden die halt nach und nach die anderen Kollegen kennenlernen müssen. Also es geht ja nicht anders. Bin trotzdem, glaube ich, ganz froh, dass es diese Pause noch mal gab, einfach, weil es ja noch einigen Bedarf an Nachbesserungen gab. Vor allem, weil wir auch diesmal es nicht so hatten, dass die Eintracht gerade so einen Lauf hatte oder man dachte, oh ja, jetzt sind sie im Saft und dann kommt diese Pause. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Das ist so, ja. Diesmal war es halt so, okay, jetzt ist halt Pause, aber ja, wirklich aus irgendeinem Lauf gehauen wurden sie nicht, weil, ja, es lief halt noch nicht so rund. Von daher neue Chance, aber ich glaube auch Stuttgart, ja, ist ein machbarer, aber trotzdem starker Gegner, würde ich sogar sagen. Die sind halt immer noch sehr schnell, was wir auch schon in der letzten Saison erfahren durften. Plus, ich glaube, die drängen auch den Gegner gerne mal in so Situationen. Die Pressen, die gehen da schon drauf. Also das ist schon ein sehr, sehr aktives Team, was ja gar kein Nachteil sein muss. Man muss aber halt schon höllisch aufpassen, dass man da nicht, vor allem die Abwehr bei der Eintracht stand zuletzt, der ist auch nicht ganz so sicher. Ja. Man muss halt aufpassen, dass man nicht in den ersten Minuten schon wieder irgendwo reinrennt und sich da unterbuttern lässt. Ich glaube, das ist wieder so ein Spiel, wo man schauen muss, wie kommt wer rein. Wenn man gut reinkommt, hat man, glaube ich, auch sehr, sehr gute Chancen. Wenn man am Anfang schon wieder irgendwie die Startphase verpennt, dann wird es halt knackig. Also es ist dann nicht unmöglich, aber ich glaube, dann musst du wirklich schon arbeiten, um da wieder reinzufinden. Das sind beide Mannschaften jetzt nicht optimal gestartet in die Saison, aber ja, also Stuttgart habe ich schon Respekt vor, muss ich sagen. Ja, von den Ergebnissen. Natürlich, ich will es jetzt nicht überhöhen, aber ich finde schon, dass sie ihre Stärken haben, auf die man schon mal auch Acht geben muss. Ja. Auf der anderen Seite bietet das natürlich, du hattest es gerade eben auch so schön gesagt, bietet das natürlich auch immer Chancen. Dadurch, dass die ja auch sehr viel offensiven Fußballspielen und auch viel über die Außenbahnen da läuft, hast du natürlich auch das Thema, dass dann sich Räume ergeben für wiederum schnelle Spieler unsererseits, wo Kostic, glaube ich, schon ein guter Kandidat einfach wäre, um da dann in die Räume, die sich da bieten, irgendwie reinzuziehen. Dennis hat es gerade eben auch gesagt, sie haben durchaus auch einiges an Toren jetzt kassiert. Also die Abwehr bei denen ist auch nicht immer so on point. Wenn jetzt dann vielleicht wirklich mal ein Lammers da sein Startelf-Debüt geben könnte, da kommen wir gleich zur Aufstellung, dann könnte das ganz gut sein, ein Hölge, der dann da von den Außenbahnen irgendwie reinzieht, Freund Kamada, der mit guten Pässen in die Zwischenräume, also ich kann mir schon vorstellen, dass das auf beiden Seiten Pro und Contra gibt. Also ich freue mich richtig auf dieses Spiel. Ja, die haben acht Tore kassiert, die Eintracht hat sechs Tore kassiert, dafür hat Stuttgart aber auch schon sieben geschossen, während die Eintracht bei drei festhängt. Ja. Also die Offensive ist, glaube ich, dort schon besser ins Rollen gekommen als bei der Eintracht, aber hinten ist man ähnlich wackelig, wenn nicht sogar Stuttgart anfälliger ist, muss man, klar, man muss da auch immer schauen, was das für Gegner waren, aber ja, die Eintracht hat auch schon gegen Dortmund gespielt, während Stuttgart da Leipzig als Gegner hatte, also ich glaube, es nimmt sich gar nicht so viel. Ja, stimmt. Die Frage ist natürlich, wie die Chancenverwertung eigentlich war und dafür hätten wir die Spiele von Stuttgart sehen müssen, denn bei der Eintracht war es ja wirklich so, dass man sagen muss, genug Chancen, dass wir auch hier bei sieben Toren stehen könnten, hätten wir locker gehabt. Ich glaube, und was auch vorhin so ein bisschen vielleicht bei mir falsch rüberkam, die Länderspielpause, fand ich auch in der Hinsicht sehr gut, dass einfach mal die Köpfe noch mal frei wären, denn gerade gegen Bielefeld so ein mieses Ding da am Ende noch rein und das ist das kann schon schnell auch in so einen richtigen Abwärtstunnel und gerade bei den jungen Spielern und unsere Mannschaft ist unglaublich jung besetzt da vorne, da muss man höllisch aufpassen, dass die nicht ins Denken kommen oder ins Grübeln kommen, muss man eher sagen. Das ist hier wichtig und da hoffe ich einfach, dass die Länderspielpause, ich weiß gar nicht, wie die einzelnen Mannschaften jetzt hier und unsere im Länderspieltakt gespielten Spieler mit Erfolgserlebnissen, Nicht-Erfolgserlebnissen zurückkommen, aber ich denke schon, dass das einfach einen freien Kopf macht, um wieder mit richtig Vollgas jetzt auch mit der Eintracht sich zu konzentrieren, dann hoffentlich mit Kostic und Vollgas und alles ist in Ordnung, die Geschichte mit Younes ist geklärt. Ich hoffe einfach auf einen Neustart und das ist eigentlich das, was ich mir von dieser kleinen Pause wünsche. Ja. Dem würde ich mich so anschließen und wünsche mir das einfach auch. Jetzt könnt ihr euch was wünschen, nämlich aufstellungstechnisch. was hättet ihr denn gerne? Wie spielen wir denn, Patricia? Also ich glaube, ich würde einfach bei der gleichen Formation schon mal bleiben. also vierer Kette. Krabbe im Tor, vierer Kette. Links. Die vierer Kette ist unverändert für mich zum letzten Spiel, also Lenz, Hinteregger, Endika und Durm. Das heißt, du stimmst dem Herrn Weidenfeller, der Durm auf der Linksverteidiger Position sehen will, nicht zu. Ne, absolut nicht. Da gehe ich nicht mit. Warum nur? Durm dann auf rechts, oder? Ja, Durm auf rechts. Okay, das ist gut. Auf der Sechs Sow, auch wenn er jetzt erst gerade zurückkam, aber es bleibt jetzt ja auch nicht so viel übrig. Klar, man könnte jetzt eine Hasebe da wieder reinziehen, aber ja, man hat ja jetzt nicht allzu viele Optionen. Würde aber überlegen, ob ich, also diese Sow-Rustitsch-Doppel-6 gegen Stuttgart auch nochmal gehen würde. Nicht Jaket? Ja, deswegen, deswegen, ich weiß es gerade nicht. Ich bin, ich glaube, ich würde tatsächlich eher Jakets aufstellen, einfach, also ich weiß ja nicht, wie weit er ist jetzt. Ich habe das Training nicht verfolgt, ich habe keine Ahnung, ob er schon jetzt weit genug ist, um hier in den Spielbetrieb einzusteigen. Ich meine, bei Zagreb hat er ja gespielt. Deswegen, ich würde schon Jakets aufstellen, weil er eben diese Qualitäten mitbringt als Abräumer, aber nicht nur Abräumer, sondern auch Techniker und so weiter und so fort. Ich glaube, ich würde eine Jakets Sow-Sex haben wollen. Ja. Jakets links oder rechts? Links? Ich weiß nicht, ja. Gehe ich auf jeden Fall mit, weil ich denke, dass du tatsächlich aus einer stabilen, defensiveren Formation hier gerade gegen Stuttgart dann auch auftrumpfen musst. Und da ist, glaube ich, Jakets tatsächlich, so was man zumindest bis jetzt vernehmen konnte, eventuell die etwas defensivere und bessere Variante. Ja, deswegen tue ich mich auch schwer mit Rustic und Sow zusammen. Ja. Weil das halt sehr, sehr, beide haben irgendwie so einen Zug nach vorne, Rustic vielleicht sogar noch mehr als Sow. Ja. Da ist keiner von beiden so ein richtiger Sechser einfach. Ich hätte tendenziell dann eher mit einem defensiveren Sechser gespielt, sodass dann auch Sow seine Offensivqualitäten da ausspielen kann. Und Rustic ist halt einfach viel zu oft dann auf dem Weg nach vorne. Ja. Okay. Links, rechts, Mitte? Ja, also ich würde, jetzt kommt es halt drauf an, ist Costic jetzt wieder mit im Spielbetrieb oder setzt er ein Spiel aus? Gibt es da jetzt eine Strafe? Weil wenn er jetzt schon integriert ist und die sich geeinigt haben, dass keine Strafe und so weiter und so fort, dann gerne Costic links. Ansonsten würde ich wahrscheinlich einfach wieder mit Lindström gehen. Also ich gehe fast davon aus, dass er dieses eine Spiel aussetzen wird und dann in der Euroleague wieder auflaufen wird. Was ich tatsächlich ein bisschen schade fände, aber ich vermute mal, dass sie das so tun werden. Dennis, wie siehst du das? Wie gesagt, also ich muss sagen, du bestrafst dich nur selbst damit, wenn die Aussprache gut genug war und du es der Mannschaft verkaufen kannst, dass hier eigentlich, ja, er sich wirklich glaubwürdig entschuldigt hat, nicht so ein bisschen so halb und ich brauche aber noch eine Entschuldigung von dir, damit ich mich entschuldige. Ja, es kommt jetzt drauf an, wie die Gespräche laufen und ich hoffe drauf, dass es tatsächlich dann dazu kommt, dass er gar nicht ausfallen muss und er am Sonntag auch gegen Stuttgart im Kader steht. Ich würde ihn dann tatsächlich auch auf die linke Seite setzen. Kostic. Kostic, genau. Die Frage ist ja an der Stelle dann so ein bisschen, rotiert Lindström dafür komplett raus oder findet man noch einen weiteren Platz für ihn? Denn wahrscheinlich ist das natürlich dann tatsächlich für Lindström erst mal die Pause in dem Spiel. Aber kommen wir sicherlich gleich noch dazu, wenn ihr noch aufstellen wollt. Ich glaube, rechts ist dann auch relativ klar, da wird dann Freund Höge spielen. Habe ich das richtig ausgesprochen? Patricia? Höge. Höge. Ja, er würde bei mir auch rechts spielen, ja. Und dann ist die spannende Frage nach der Mitte. Wir können jetzt, glaube ich, davon ausgehen, dass Boree nicht spielen wird und ich tippe von daher mal sehr stark drauf, dass Lammers sein Startelf-Debüt bekommt. Hast du nicht den Zehner beziehungsweise hängende Spitze noch vergessen? Da wollte ich jetzt hin. Jetzt ist nämlich die Frage, wer rotiert da so ein bisschen um den Herrn Lammers drumrum und bereitet vielleicht Tore vor? Wir haben einen Kamada, wir haben einen Lindström, wir hätten einen Rustic, der auch auf dieser Position spielen kann. Junis ja dann eher nicht. Ja, für mich ist es, wenn die Länderspiele jetzt nicht zu sehr zugesetzt haben und vor allem die reisen nicht, dann ist es Kamada. Barkok hätten wir auch noch für die Position? Nee, gehe ich auch auf jeden Fall mit Patricia. Also Kamada, muss man wirklich sagen, mit einem starken Stürmer vorne drin, denn die Chancen, sie waren ja da, sie waren ja auch vorher schon da. Wir brauchen einfach und ich hoffe, dass vielleicht so ein bisschen diese Kombination, dass wir noch ein bisschen näher ans Tor rankommen, dass die Bälle noch ein bisschen mehr Druck bekommen, dass die jungen Spieler einfach noch mehr ihre Abschlüsse präziser ziehen können, weil sie noch ein bisschen Platz gewinnen, einfach durch diese Lammers Präsenz. Wir haben ja immer gesagt, Lammers ist vielleicht nicht unbedingt hier nur der Goalgetter, sondern auch Vorbereiter. Ich hoffe einfach, dass wir ein bisschen näher ans Tor kommen, dadurch die Spieler sich noch ein bisschen mehr in Szene bringen können und wir dadurch dann was reißen können. Und Kamada ist da für mich auf jeden Fall dann auch als Vorbereiter und ja sozusagen Mitspieler, guter, guter Vorbereiter von Lammers eventuell aktuell zumindest der beste Spieler. Okay, dann hätten wir unsere Ausstellung fertig. Ich freue mich schon richtig drauf, wie das dann in echt aussieht und wie die vor allen Dingen auch performen und jetzt freue ich mich drauf, von euch Tipps zu hören. Dennis, du darfst anfangen. Okay, ich tippe auf ein 3-1 für die Eintracht. Patricia? Ich will auch auf den Sieg tippen, aber ich gehe mit einem 2-1. Also zu 0 glaube ich nicht. Tore werden fallen. Ich sage, es wird ein bisschen knapper und sage, es wird ein 3-2. Ich glaube aber, damit können wir alle leben. Hauptsache endlich ein Sieg und drei Punkte, das wäre so das Wichtigste, um, wie der Ness das jetzt mehrfach so schön gesagt hat, einen Neustart einzuleiten und einfach gut dann jetzt nach dieser Länderspielpause wieder in die Saison zu starten. Ja, dann haben wir so alles rund um das Bundesliga-Thema abgehakt und dann haben wir jetzt noch 1-2 Empfehlungen hier, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Und zwar haben wir auch wieder ein bisschen Hörerinnen-Post bekommen und ein Thema, was für die Empfehlungen kam, kam von dem lieben Matthias, der hat uns nämlich einen Beitrag aus der ARD-Mediathek empfohlen, weil es sind ja bald Wahlen und er hat so schön geschrieben, warte mal, habe ich die E-Mail, dass die Sendung aus der ARD-Mediathek Politiker trifft Migrant ihn sehr mitgenommen hat und dass er das sehr spannend fand, wie das dort dargestellt wurde und wie die politische Partei, die ich jetzt hier nicht näher benennen möchte, dort gezeigt wurde und möchte deswegen allen, die vielleicht sich noch ein bisschen unentschlossen sind oder da noch an dem einen oder anderen Thema arbeiten wollen, diesen Beitrag empfehlen. Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen, ich habe mal so ein bisschen durchgeskippt, werde mir den aber nach der Empfehlung auf jeden Fall nochmal angucken. Also Politiker trifft Migrant in der ARD-Mediathek sind glaube ich so knappe 40 Minuten, ist glaube ich ein Thema, mit dem man sich nach wie vor auseinandersetzen sollte, wie Menschen in politischen Ämtern mit gewissen Meinungen dort agieren. Und ich habe auch noch zwei Empfehlungen, aber vielleicht habt ihr noch welche dann, bevor ich hier die ganze Zeit am Durchreden bin. Also eine Empfehlung in Anführungszeichen, falls ihr tatsächlich nicht zur Wahl gehen sein könnt, beziehungsweise also nicht selbst präsent da sein könnt und jetzt noch Angst habt, dass ihr vielleicht viel zu spät dran seid mit ich beantrage Briefwahlunterlagen. Ich war tatsächlich, kamen jetzt auch erst die Zettel, ich habe einen Tag hat es tatsächlich gedauert, bis dann die Wahlunterlagen im Briefkasten waren. Also es geht sehr, sehr schnell, habt keine Angst, falls es irgendwie so sein sollte. Ich kann selbst nicht gehen, weil ich im Urlaub bin. Dementsprechend habe ich das jetzt noch auch Briefwahlmäßig beantragt. Also ihr könnt das noch recht kurzfristig machen und einfach jetzt langsam natürlich mal in die Pötte kommen, weil so ewig ist es nicht mehr hin. Ihr braucht aber keine Angst zu haben, dass die Sachen jetzt schon oh je, was, nur noch zwei Wochen, da kommt doch nichts mehr an. Doch, doch, also keine Angst, das sollte normalerweise recht schnell gehen. Und man kann auch im Zweifelsfall, wenn man Briefwahlunterlagen hat und sie dann doch nicht abschickt, sie im Regelfall am Wahltag selbst bis ich glaube 14, 14, 30 je nachdem auch in einem gesondert dafür ausgewiesenen Wahlbüro abgeben. Also falls ihr tatsächlich jetzt auch Briefwahlunterlagen habt und sie dann vergesst irgendwie wegzuschicken und dann doch irgendwie eine Möglichkeit habt, könnt ihr es eben dann auch am Wahltag noch abgeben. Patricia, hast du noch eine Empfehlung? Ja, ich hätte da einen neuen Twitter Account, der quasi Erfahrungen von Frauen beziehungsweise weiblich gelesenen Personen im Sport sammelt und zwar keine positiven, sondern leider negative Erfahrungen, um ja, das publik zu machen, auch anonym, also falls es Frauen gibt oder ja, weiblich gelesene Personen, die da schlechte Erfahrungen gemacht haben im Sport, können sich da gerne per DM melden wohl, der Kanal heißt Frauen im Sport, das Handle ist at Sport MeToo und ja, also falls ihr da irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht habt, eine Plattform wollt, beziehungsweise wollt, dass eure Geschichte gehört wird, dann ja, ist das wohl ein neues Projekt und kann ich euch ans Herz legen und einfach ein Beispiel ein bisschen Aufmerksamkeit darauf, glaube ich, Aufmerksamkeit darauf lenken, dass es da noch viel zu machen gibt. Sagst du mir nochmal den Twitter-Handle? Yes, at Sport MeToo, also wie die MeToo-Bewegung nur Sport noch davor. Okay. Beispiel war ich wirklich heute ganz neu, also könnt ihr mal schauen, falls da was gibt. Falls das was ist, ja. Sehr schön. Klingt auf jeden Fall nach etwas, was man sich angucken sollte und vor allen Dingen auch bewerben sollte. Sehr schön. Verlinke ich. Dann habe ich noch zwei Empfehlungen, die eine dreht sich auch um das Thema Wahl. Ihr habt ja sicherlich mitbekommen, die letzte Woche ist der Wahl-O-Mat, nee, Anfang der Woche ist der Wahl-O-Mat an den Start gegangen. Es ist ja immer so eine Option, nochmal zu checken, was vielleicht für einen persönlichen Frage kommt, so als mögliche Partei zum Wählen. Es gibt ja immer verschiedene Thesen, die dort aufgestellt sind, die ihr bewerten könnt. Was viele nicht wissen, ist, dass diese Thesen, die da stehen, extra von den Parteien beantwortet werden. Also die kriegen die Parteien vorher zugeschickt, diese Thesen und können dann quasi eine extra dafür vorhandene Antwort dann abgeben, die dann quasi die Basis ist dafür, wie das dann in diesem Wahl-O-Mat gewertet wird. Es gibt den Parteien natürlich immer nochmal so ein bisschen Optionsmöglichkeit, das anzupassen oder da halt eben bestimmte Dinge nochmal vielleicht stärker herauszustellen, als sie an anderer Stelle vielleicht gewesen wären. Ist trotzdem, glaube ich, keine schlechte Variante, um da einfach so eine Grundtendenz zu haben. Was ich aber noch viel spannender finde, außer einen Blick in die Zukunft, ist ein Blick in die Vergangenheit und deswegen möchte ich euch hier noch die Seite deinwahl.de empfehlen. Ich verlinke das auch in den Show Notes. Die machen nämlich den umgekehrten Weg. Die haben auch verschiedene Thesen basierend auf tatsächlich Gesetzesvorlagen und Abstimmungen, die im Bundestag stattgefunden haben und haben sich halt angeguckt, wie die Parteien dazu passend abgestimmt haben. Beispiel war so dieses Thema der Klassiker Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahn 130. Ja, nein. Es gab ja schon verschiedene Abstimmungen zu so einem Thema und dann gucken die sich eben an, wie haben die Parteien in der Vergangenheit dazu abgestimmt. Also man kriegt da halt eben dann auch nochmal so den Blick in die Vergangenheit und wie passt meine Einschätzung oder meine Wahrnehmung dieser These zu dem, wie die Parteien in der Vergangenheit agiert haben. Weil ich glaube, da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Auch wenn da jetzt einzelne Personen sind, die werden jetzt keine komplette Parteilinie in vier Jahren auf links drehen. Von daher ist das glaube ich auch nochmal so eine ganz gute Variante, das so ein bisschen einzusortieren. Ist ein bisschen umfangreicher, sind ein paar mehr Fragen, sind zum Teil auch ein bisschen komplexer gestellt. Müsst ihr vielleicht mal fünf Minuten länger drüber nachdenken, fand ich aber einfach nochmal eine ganz gute Option, sich mit dem Thema Wahl und Wahloptionen auseinander zu setzen. Und dann habe ich noch was Schönes. Weg von dem ganzen Thema Wahl. und zwar seit heute ist der Teaser zum neuen Football Manager tatsächlich draußen. Erscheinungsdatum 9. November. Kann ab heute vorbestellt werden. Und der liebe Mensch, der hinter dem Block FM2er-Kette steckt, macht jedes Jahr so einen Preisvergleich und so eine Übersicht. Und auch da gibt es heute wieder einen Preisvergleich, der sich über die nächsten Tage mit Sicherheit füllen wird. Also wenn ihr Bock habt auf den Football Manager, dann könnt ihr da mal von Zeit zu Zeit reingucken und für einen deutlich günstigeren Preis als im offiziellen Store oder offiziell so über Steam, wo man ihn ja meistens erwirbt, zuschlagen. Sehr gut. Dann könnt ihr da mit der Eintracht mal eine Aufstellung wählen und gucken, wie gut ihr dann da so in die Saison startet. Das ist zumindest mein Plan. Ja. 9. November hast du gesagt. 9. November klassischerweise kommt immer zwei Wochen vorher die Beta raus. Dann könnt ihr schon mal ein bisschen anprobieren. 9. November Erscheinungsdatum. Dann kannst du nochmal so drei, vier Tage draufrechnen, bis die ganzen Länderfiles von der Community angepackt sind und angepasst sind und du dann auch korrigierte Spielernamen, Ligen etc. hast und dann kannst du Tausende von Stunden da drin versenken. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Freue ich mich schon drauf. Also am besten Urlaub nehmen dann so ab der zweiten Novemberhälfte. Unbedingt. Jut, Jut. Habt ihr noch weitere Dinge, die besprochen werden müssten? Nein. Dafür, dass wir eine kurze Sendung machen, sind wir schon deutlich länger als ursprünglich geplant. Deswegen biegen wir jetzt hier an auf die Zielgerade. Wir wünschen euch eine super entspannte Restwoche. Kommt gut ins Wochenende. Viel Spaß am Wochenende beim Fußballschauen, sei es vor Ort, sei es online, im TV, was auch immer. Denkt bitte dran, jetzt ab dieser Saison Sonntagsspiele, alle bei den Kollegen von Datzen und dann melden wir uns in der nächsten Woche in GA wohnt der Art und Weise wieder und sprechen hoffentlich über drei Punkte gegen Stuttgart und schauen mal, was uns der Europapokal so bringt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Hey, hey, es kann am Anfang von Hey, 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 es kann am Anfang von Hey, hey, es kann am Anfang von